hallo in die runde willkommen zum mega schwein gucken wir mal was wir da drin haben ich hoffe ja auf ein bisschen was gutes ja die paar punkte kann immer gebrauchen episch quatsch in den skinn irgendwie zum sprühen dinge nutze ich nie bis ich die ausgewählt habe bin ich tot episch ich bin ja ehrlich bevor ich da hier irgendwie so ein sprühding habe nehme ich lieber hier münzen mystisch 200 viele erfahrungspunkte ich will jetzt halt zum wegspielen kommen wir so vor haben sie die animation verkürzt ansonsten war das ja mal diese hochzähl animation okay letzter episch und mystisch komm schon noch mal 200 ich bin froh für 20 spiele 15 spiele was es ist bin ich mehr als zufrieden ich bedanke mich fürs zuschauen macht's gut tschüss ok Vielen Dank.